Hallo und herzlich Willkommen zu Wahrhaft Menschlich, ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über Stress, Burnout und andere emotionale Herausforderungen unserer Zeit. Ich bin Katja Herle und ich möchte dir sagen, du bist nicht allein. Hallo und wie schön, dass ihr wieder da seid und mir lauscht bei meinen Selbstgesprächen, nicht wahr? In der letzten Folge habe ich ja offenbart, dass ich tatsächlich gerne Selbstgespräche führe. Heute soll es in meinem Selbstgespräch um ein knackiges Thema gehen, das zumindest für mich manchmal eine ganz schön harte Nuss darstellt. Erfolg. Was ist eigentlich Erfolg oder jagen wir vielleicht den falschen Zielen hinterher? Oder jage ich vielleicht den falschen Zielen hinterher? Oder bin ich es zumindest lange Zeit meines Lebens? Und es ist tatsächlich sehr eng verbunden mit dem, was ich in der letzten Folge über Lebenssinn. Und vielleicht erinnert ihr euch über das Prinzip aus dem japanisch kommenden Ikigai erzählt habe. Was gibt uns Erfüllung? Oftmals wird Erfolg auch mit Erfüllung gleichgesetzt. Also wir tun etwas, das uns letztendlich voll und ganz erfüllt. Wenn wir mal so ein bisschen auf die, ich sage jetzt mal, Definitionen schauen, dann heißt es zum Beispiel im Duden, Erfolg ist ein positives Ergebnis einer Bemühung. Das ist jetzt erstmal sehr neutral. Nein, das jetzt mal mit Leben zu füllen, das wird eine ganz spannende Herausforderung für mich genau in dieser Folge jetzt. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und ich würde nicht behaupten, dass das schon abgeschlossen ist. Weil für mich Erfolg ja ein sehr lebendiges Wort ist. Das heißt, ich habe in meiner Recherche, habe ich festgestellt, dass es Menschen gibt, die Erfolg gar nicht wirklich benutzen. Also es kommt quasi in deren Wortschatz nicht vor. Das war für mich schon total erstaunlich. Also ich habe ungefähr so geschaut, wie eine Kuh, wenn es blitzt, sagt man doch so. Also ich konnte irgendwie nicht so richtig glauben, was ich da hörte. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie groß dieses Wort in meinem Leben ist. Erfolg. Ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte, ja was eigentlich? Was bedeutet für mich erfolgreich sein? Und was würde sich genau, wenn ich denn sage, ich bin erfolgreich, für mich erfüllt haben? Was würde ich denn dann fühlen? Und ich habe mich mal ein bisschen auf die Recherche begeben und bin auf unterschiedlichste Ansichten gekommen. Manche sagen zum Beispiel, Erfolg ist nicht das, was man erreicht, sondern wer man dabei wird. Ah, auch eine spannende Sicht auf die Dinge. Erfolg könnte man jetzt, wenn man es zerlegt, als Wort erfolgt, etwas erfolgt, etwas hat man erreicht. Also setzt Erfolg doch eigentlich voraus, dass ich zuvor ein Ziel habe, oder? Weil nur dann kann ich auch Erfolg verspüren. Also wenn ich mir ein Ziel setze und dieses Ziel dann tatsächlich auch erreiche, könnte man gemeinhin sagen, das ist Erfolg. Ja, ich glaube, mit dem gehen die meisten konform. Also müssen wir vielleicht viel eher über das Thema Ziele sprechen? Hm, ja, wahrscheinlich ist das so. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen, dass ich so eine kleine Krankheit des Geistes habe. Nämlich die Krankheit, die Dinge, von denen ich mir erhoffe oder von denen ich ausgehe, dass wenn ich diese erreicht habe, dass ich dann zufrieden sein kann. Die liegen erstaunlicherweise immer in der Zukunft. Also anders gesagt, wenn ich mir heute etwas wünsche, das und das möchte ich unbedingt in meinem Leben haben, zum Beispiel, ich möchte, weiß ich nicht, einen neuen Podcast in die Welt bringen, dann habe ich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, Erfolg. Allerdings, ganz oft stellt sich da nicht unbedingt ein Zufriedenheitsgefühl ein, also eines, wie ich mir wünsche, über alles liegende. Ich bin so lebenszufrieden. Nein, weil kaum habe ich ein Ziel, das ich mir irgendwann mal gesteckt habe, erreicht, ja, habe ich schon wieder tausend neue, die ich gerne erreichen will. Und mir ist aufgefallen, dass es vielen Menschen so geht, dass sie eine Lebensunzufriedenheit haben. Ich spreche hier nicht von einzelnen Dingen, wo ich sage, ich bin in dieser Sache unzufrieden und da wünsche ich mir eine Besserung. Ich glaube, das ist normal und das ist auch völlig in Ordnung, dass wir gewisse Dinge erleben und sie auch differenziert erleben können und sagen können, ich bin mit zum Beispiel meinem Arbeitsverhältnis zu meinem Kollegen gerade nicht zufrieden, da ist ein Konflikt, den möchte ich lösen. Sowas meine ich nicht. Ich meine eher so eine latente Unzufriedenheit. Ich habe in einer sehr frühen Folge mal darüber gesprochen, dass ich in meiner Burnout-Geschichte vor allem eines erkannt habe, dass ich jahrelang, bevor es dann nämlich zum Burnout kam, jahrelang mit einer latenten Unzufriedenheit durchs Leben gegangen bin. Und diese latente Unzufriedenheit hat mich langsam, aber stetig ausgehöhlt. Heute würde ich rückwirkend betrachtet sagen, ich war nicht zufrieden mit dem, was ich tat, weil ich mit dem, was ich tat, nicht wirklich verbunden war. Also ich war nicht erfüllt von dem, was ich tat. Es entsprach nicht dem, was mir wichtig ist. Davon spreche ich. Ich spreche von Menschen, die eben wie ich auch, damals zumindest, eine latente Unzufriedenheit mit sich tragen und die gerne mal solche Gedanken hegen wie, ja, wenn ich ein Kind hätte, dann, dann wäre ich, dann wäre ich glücklich, dann wäre ich zufrieden. Oder, ja, wenn ich befördert würde, dann, dann wäre ich zufrieden. Dann, ja, dann kann ich mich zurücklehnen, weil dann habe ich es geschafft. Oder wenn ich mein Haus endlich fertiggestellt habe oder überhaupt ein Haus habe, ja, dann ein Eigenheim, das ist mein Wunsch, dann könnte ich zufrieden sein. Vielleicht kennst du das von dir, dass wenn du merkst, du hast so eine Unzufriedenheit, so eine Lebensverdrossenheit, dass du immer wieder neue Wünsche gebärst, gebärst, oder? Dass du immer wieder neue Wünsche hervorbringst, die du gerne erfüllt sehen möchtest, bevor du dich zurücklehnen kannst und sagen kannst, jetzt bin ich zufrieden. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass jetzt nie jetzt ist, sondern immer in der Zukunft. Also irgendwas muss noch erreicht werden, damit dieser Zustand erst erlebt werden kann. Also etwas muss sich erst erfüllen, damit du diese Zufriedenheit spüren kannst. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, es hört einfach nie auf. Und das meinte ich vorhin mit dieser kleinen Krankheit des Geistes. Nie genug. Es ist nie genug. Ich bin nie gänzlich zufrieden. Denn selbst als ich jetzt, wo ich merke, ich tue das, was ich gerne mache, ich bin erfüllt von dem, was ich mache, und auch wenn es philosophische Selbstgespräche sind, die ich zugegeben wirklich sehr gerne führe, ja, selbst dann habe ich mich dabei, dass so ein kleiner, so ein kleines Stimmchen da ist, ah, wenn ich das noch und wenn noch das wäre. Es ist nie genug. Die Töpfe sind nie voll genug. Nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also bin ich nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, erfüllt, weil irgendwo noch, ja, etwas nicht so erfüllt ist, gefüllt ist, wie ich es mir vorstelle. Also nochmals die Frage, was ist wirklich Erfolg und jagen wir vielleicht den falschen Zielen hinterher? Also ist es vielleicht, was wir so uns erhoffen oder wünschen, gar nicht das, was uns die Erfüllung und damit auch den Erfolg bringt? Also Erfolg jetzt mal als Lebenserfüllung, als Lebenserfolg. Ich gebe nochmal einen Satz, den ich, ja, schon selber immer wieder mal postuliere und den große andere Speaker und Motivationsredner auch immer wieder postulieren. Manche auch nicht, die reden genau das Gegenteil. Nämlich der, arbeite niemals für Geld, sondern liebe, was du tust. Ich habe das mal so genannt. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich in die Arbeit gehe, um Geld zu verdienen oder ob ich einer Arbeit nachgehe, die ich unglaublich gerne mache und damit Geld verdiene. Das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Kannst du den Unterschied erfüllen? Ich gehe zur Arbeit, um Geld zu verdienen oder ich gehe in die Arbeit, um etwas zu machen, das ich liebe und ich verdiene damit auch Geld. Das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich erlebe ganz oft, wenn ich mit Menschen rede, die eben auf der Suche sind nach ihrem Ikigai, also nach dem, was ihnen diese Erfüllung bringt, dass sie aus sich heraus schöpfen können und dem nachgehen, dass ihnen einfach Spaß macht, dass sie gut können und mit dem sie Geld verdienen. Dass ganz oft dann der Punkt erreicht wird, ja, aber damit kann ich nicht den Lebensunterhalt verdienen, den ich brauche. Aber ich habe eine Familie und das geht nicht. Also manchmal sind das Arbeiten, die vielleicht nicht das riesengroße Einkommen versprechen. Also gerade dann, wenn ich zum Beispiel entdecke, ich möchte von meinem Managerjob weg und möchte Kindergärtner werden, also Erzieher werden in einem Kindergarten. Da verdienst du einfach mal einen Bruchteil davon. Das ist in unserer Gesellschaft noch so. Natürlich kann ich jetzt erstmal groß kritisieren, dass das so ist und dass das nicht passt. Ja, aber das hilft an der Stelle erstmal nicht, weil unsere Gesellschaft ist derzeit so. Was mache ich dann aber damit? Bleibe ich dann mit dem Ganzen unzufrieden in meinem alten Shop, nur um dieses große Geld weiterhin zu verdienen? Ist es das wert? Und was mir dabei auffällt ist, dass die meisten Menschen, die allermeisten Menschen im Übrigen, immer nur auf die eine Seite schauen, nämlich auf die Einkommensseite, auf die Einnahmenseite. Was ich verdiene, was keiner scheinbar zu hinterfragen imstande ist, ist die Ausgabenseite. Brauche ich eigentlich dieses viele Geld wirklich? Weil wofür glaube ich es denn zu brauchen? Und ich merke, dass die allermeisten genau an diesem Punkt, ich sage jetzt mal scheitern oder stehen bleiben und scheinbar nicht darüber hinwegkommen, weil sie sich nicht vorstellen können, denn jetzt nenne ich es mal so, wie es die meisten vielleicht empfinden, den Gürtel enger zu schnallen, also auf etwas zu verzichten. Und ich werde euch in einer weiteren Folge nochmals genauer erklären, warum ich das Pilgern so unglaublich liebe. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ich habe gelernt, dass ich unfassbar wenig wirklich brauche. Das Pilgern hat mir das gelehrt. Wenn man so lange Zeit mit einem Rucksack unterwegs ist und nur mit zwei T-Shirts, drei Schlüppern und zwei Paar Socken, dann merkt man unglaublich, wie viel Zeug ich in meinem Kleiderschrank habe, was ich eigentlich nicht brauche. Wir haben von allem viel zu viel und wir sehen es nicht mehr. Das ist das eigentliche Problem. Wir haben oft verlernt, genau hinzuschauen. Was ist wirklich nötig und was bedeutet ein gutes Leben führen? Bedeutet ein gutes Leben führen, dass ich mir alles zu jeder Zeit ermöglichen kann? Ich drücke es mal nochmal anders aus. In meinem vorhergehenden Job, den ich bis 2015 gemacht habe, habe ich wirklich gut verdient, sehr gut verdient. Und als ich aus diesem Job rausgegangen bin, gekündigt habe, ohne zu wissen, wie es weitergeht, habe ich Fixkosten gehabt. Achtung, ich war eine Einzelperson Single-Haushalt. Ich habe Fixkosten gehabt von 3.000 Euro im Monat. 3.000 Euro. Das muss man erst mal verdienen. 3.000 Euro. Und natürlich bin ich damals auch davon ausgegangen, ja, ich muss einen Job machen, der wieder ähnliches Gehalt einspielt wie vorher, weil sonst kann ich ja gar nicht überleben. Und es kommt noch dazu, ich rede hier nur von Fixkosten, also nicht von variablen Ausgaben wie Kleider kaufen. Wenn ich genau hinschaue heute und in die Retrospektive gehe und mir nochmal anschaue, wofür ich damals mein Geld ausgegeben habe, dann habe ich ganz viel kompensiert. Ich habe unglaublich viel ausgegeben, um das auszugleichen, was mir mein Job nicht geben konnte. Ich habe also meine durstigen Löcher gestopft. Wenn ich genau hinschaue, habe ich ganz viel gemacht, weil diese Unzufriedenheit in mir war. Ich wollte mir immer etwas vermeintlich Gutes tun. Und ich habe natürlich auf das zurückgegriffen, was ganz schnell und einfach war. Also ich gehe in den Laden, kaufe mir etwas Hübsches, finde das toll, empfinde vielleicht, na, ich will nicht unter- oder übertreiben, aber vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde wirklich Wohlgefühl. Und vielleicht auch, wenn ich das das erste Mal anhabe, dann finde ich das noch toll. Aber wenn wir ehrlich sind, verpufft dieser Effekt doch sehr, sehr schnell. Und dafür habe ich jeden Tag, 365 Tage im Jahr, gut, wir arbeiten nicht 365 Tage, aber sagen wir mal 220 Tage im Jahr, einen Job gemacht, der mich nicht erfüllt hat. Das ist aber kein guter Ausgleich. Und uns ist das oftmals nicht bewusst. Also was habe ich gemacht? Na, natürlich bin ich von meinen 3.000 Euro deutlich runtergegangen. Ich habe heute ein Sechstel vielleicht der Fixkosten, die ich damals hatte. Ein Sechstel. Ich habe einen Bruchteil von dem, was ich damals verdient habe. Und was soll ich euch sagen? Ich bin glücklicher denn je. Denn Geld macht nicht glücklich. Nichts davon macht glücklich. Der Weg dorthin, um das Geld zu haben, wenn mir der unglaublich viel abverlangt, dann werde ich das nicht ausgleichen können. Das ist jetzt vielleicht sehr pauschal gesagt. Wahrscheinlich gibt es auch, ich sage jetzt mal, Konzepte und Modelle, die gut funktionieren, wenn der Job, den ich tue, zumindest mich nicht krank macht, zumindest nicht widerstrebend ist. Und vielleicht gibt es Menschen, die eben ein Hobby oder neben der Arbeit etwas gefunden haben, das sie so erfüllt, das überstrahlt den Rest. Die allermeisten Menschen haben das allerdings nicht. Die laufen, so wie ich es früher getan habe, in die Arbeit, um Geld zu verdienen und um sich dann Dinge leisten zu können, die sie gar nicht bräuchten, wenn sie einen Job hätten, der sie erfüllt. Gut, davon kann man vielleicht keine Familie ernähren, das ist ein guter Punkt. Aber auch da gilt, wir haben ganz oft auf der Ausgabenseite Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen. Und mir ist klar, es ist aus einer Warte heraus, die wir uns gebracht haben mit all dem, was wir tun, wie wir unser Leben leben. Das hat sich ja auch aufgebaut, das jetzt zu betrachten und zu überlegen, was davon brauche ich nicht, was kann ich abgeben, das ist unglaublich schwer, weil wir stecken zu sehr in unserem Leben. Und für mich war halt der glückliche Umstand, dass ich pilgern gegangen bin, eben genau diese Distanz, die ich bekommen konnte und durfte und in der ich so viel erfahren und gelernt habe über das, was ich wirklich brauche, was für mich im Leben wirklich wesentlich und wichtig ist. Und das kann für dich was ganz anderes sein, es muss nicht das Pilgern sein. Wichtig ist nur, und das war mir in dieser Folge nun wichtig herauszukehren, Erfolg ist etwas, was abhängig ist davon, was unsere Ziele ist. Das heißt, wir sollten unsere Ziele weise setzen und uns tatsächlich selbst so ein bisschen hinterfragen, warum ist mir das wichtig. Und was hält mich davon ab, heute schon zufrieden zu sein? Auch da zu erkennen, wo rennen wir ständig irgendwo dieser Möhre hinterher, die vor unserem Gesicht baumelt und die wir nicht erreichen können. Denn stell dir mal vor, unser Geist, der hält uns diese Möhre vor die Nase mit einer Angel. Das heißt, da oben in unserem Kopf sitzt ein Angler, der hat seine Angel ausgeworfen, da vorne ist die Möhre und er sagt, ja, rennt der Möhre hinterher, ja, und das Nächste und ich habe schon wieder eine Idee, was wir tun können, damit wir aber dieses Mal wirklich zufrieden sind. Ja, er verarscht uns. Er verarscht uns. Ich möchte zum Abschluss euch eine Geschichte erzählen beziehungsweise vorlesen, die vielleicht zum Nachdenken anregt. Der Fischer und der Banker. Ein Investmentbanker stand in einem kleinen mexikanischen Fischerdorf am Pier und beobachtete, wie ein kleines Fischerboot mit einem Fischer an Bord anlegte. Er hatte zwei Eimer voll Fische geladen. Der Banker gratulierte dem Fischer zu seinem prächtigen Fang und fragte, wie lange er dazu gebraucht hätte. Der Fischer antwortete, ein paar Stunden nur, nicht lange. Daraufhin wollte der Banker wissen, warum er denn nicht länger auf See geblieben sei oder vielleicht nochmals nachmittags rausführe, um noch mehr zu fangen. Der Fischer sagte, aber wieso solle ich das tun? Die Fische reichen mir und meiner Familie für die nächsten Tage. Doch der Banker ließ nicht locker. Aber was tun sie dann mit dem Rest des Tages? Nun, ich schlafe morgens aus, gehe ein bisschen fischen, spiele mit meinen Kindern, mache mit meiner Frau nach dem Mittagessen eine Siesta, gehe durch das Dorf spazieren und unterhalte mich mit meinen Nachbarn. Abends kehre ich dann gerne mal auf ein Gläschen Wein ein und spiele Gitarre mit meinen Freunden. Sie sehen, ich habe ein ausgefülltes Leben, antwortete der Fischer. Daraufhin entgegnete der Banker. Nun hören Sie mir mal zu. Ich habe einen Universitätsabschluss und ich glaube, ich könnte Ihnen helfen. Wenn Sie mehr Zeit mit Fischen verbrächten, dann könnten Sie schon bald ein größeres Boot kaufen. Und mit diesem größeren Boot hätten Sie auch die Möglichkeit, weiter hinaus zu fahren und vielleicht bessere oder größere Mengen Fischen. Und mit diesem Erlös wiederum könnten Sie mehrere Boote kaufen, bis Sie eine ganze Flotte hätten. Und dann könnten Sie so viele Fische fangen, dass Sie direkt die Großmärkte beliefern könnten und große Fischverarbeitungsbetriebe. Und letztendlich könnten Sie immer größer werden, sodass Sie irgendwann selbst eine Fischfabrik hätten und eine eigene Fischverarbeitung. Und so haben Sie Produktion, Verarbeitung und Vertrieb in Ihrer Hand. Und wie lange wird das alles dauern? fragte der Fischer. Na ja, so etwa 15 bis 20 Jahre, antwortete der Banker. Und was wäre dann? fragte der Fischer weiter. Der Banker lachte und sagte, dann kommt das Beste. Wenn die Zeit reif ist, könnten Sie mit Ihrem Unternehmen zum Beispiel an die Börse gehen, Ihre Unternehmensteile verkaufen und sehr reich werden. Sie könnten Millionen verdienen. Millionen, sagte der Fischer. Und dann? Der Banker erwiderte, dann könnten Sie aufhören zu arbeiten. Sie könnten lange ausschlafen, ein bisschen fischen gehen, mit Ihren Kindern spielen, eine Siesta mit Ihrer Frau machen, im Dorf spazieren gehen und das Leben genießen. Und daraufhin antwortete der Fischer Weise, also genau das, was ich schon heute mache. Mit dem einen Unterschied, dass dann meine Kinder bereits erwachsen wären und ich es verpasst hätte, sie aufwachsen zu sehen. Ja, ich denke, dass die Geschichte wirklich zum Nachdenken anregt. Mich machte zumindest immer wieder nachdenklich, indem ich selber hinschauen möchte, was mache ich heute, damit ich etwas morgen tun kann und was hält mich davon ab, es bereits heute zu tun. Diese Möhre, die vor unserem Gesicht baumelt, die wir ständig zu erreichen versuchen, ist letztendlich etwas, was wir innerlich fühlen wollen. Wir wollen uns erfüllt fühlen und zufrieden sein. Alle Ziele, alle Dinge, die wir im Außen tun, sind am Ende nur ein Um-Zu. Ich tue das, um mich zu entspannen, um mich glücklich zu fühlen, um mich zu erfreuen, um mich erfüllt zu fühlen, um... Manchmal ist es ganz gut hinzuspüren, braucht es das um zu? Was hält mich davon ab, mich einfach so schon glücklich zu fühlen? Weil, wenn wir ehrlich sind, gibt es in unserem Leben immer genügend Dinge, die uns zufrieden stimmen kann. Wir sehen sie nur nicht. All das, was wir bereits erreicht haben, ist selbstverständlich geworden. Und wir brauchen immer wieder diesen Abstand, damit wir mit Abstand auf unser Leben blicken können, um zu erkennen, was wir eigentlich schon alles Gutes haben. Wir rennen dieser Möhre hinterher und merken es nicht mal, dass wir eigentlich schon angekommen sind. Also, zusammengefasst und in Kürze. Ich glaube, es ist ganz gut, immer wieder mal hinzuschauen, was brauche ich eigentlich wirklich, um zufrieden zu sein. Und es ist zudem ganz hilfreich hinzuschauen, was gibt es eigentlich alles schon in meinem Leben, über das ich zufrieden sein kann beziehungsweise es bin, es mir nur nicht bewusst mache. Und dann macht es sicherlich Sinn, darüber nachzudenken, renne ich eigentlich den falschen Zielen hinterher? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und was möchte ich als Folge dessen, als das Wesentliche in meinem Leben erfahren, also zum Ziel setzen? Und was bedeutet für mich wirklich Erfolg? Erfolg ist etwas sehr Individuelles. Individuelles. Und ich glaube, dass jeder von uns eine ganz eigene Definition hat. Finde deine eigene und bleib in Kontakt mit dir und dem, was das Leben ausmacht. Denke immer wieder an einen Fischer und an einen Geschäftsmann. Was die beide unterscheidet, ist, die Weisheit zu erkennen, dass es um Geld, um Reichtum, um Macht nicht geht. All das sind nicht die Dinge, die unser Leben wirklich ausmacht. Also, blicke lieber deinen Kindern beim Erwachsenwerden zu, als dass du in der Ferne in einer großen Firma das große Geld schäffelst, um später etwas zu erleben, was du heute schon erleben solltest. Das Leben, unsere Lebenszeit, ist so kostbar, als dass wir irgendwas bis auf die Rente aufschieben, dass wir irgendwann erst dann das genießen dürfen und machen dürfen, was uns wichtig ist im Leben. Ich hoffe, heute war wieder einiges dabei, das zum Nachdenken anregt. Und ansonsten wünsche ich dir einen guten Blick auf deine Ziele, die dir das erfüllen mögen, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Bis zum Wiederhören. Mach's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.